Au 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 Sind da hinten zu viele oder was? Oh Gott Okay Wir sind zusammen, haben wir eigentlich überlegt Und hinten kommt was Oh Gott Ja, ich bin eingeißt. Danke. So. Ja, ich glaube, das war eine. Jetzt kommt wieder ein Boss rein oder was? Was kommt denn da aus? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Alter, der mit seiner Mega-Attacke da ist. Okay. 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 Geschafft. Okay. Haben wir jetzt Stage 5, 1 kommt auch noch. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Heute, unser Naikäfer ist gestorben. Aber ich glaube, ich habe mich wiederbelebt. Ja, okay, gut. Hey, Liga. Ich muss mich noch ein bisschen auf Beine verliessen. Richtig epische Beine aus dem Chor oder so. Oh Gott, wie viele kommen denn da noch? Hintere Reihe, bitte. Okay. 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 Der kommt von hinten, er sah noch was, die ist super. Ich kann die eigentlich nicht aufhalten, Leute. Alter, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, auf mich zu vermöbeln, du hast. Boah. Ui i Oi oj i Oi oj Joi i Oi oj Joi i Oi joi oj joi juoi oj Joi mmmm I joined you, okay. Das ist schön wenn du mir joinst. 5-3 okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht saufen? so viele charakter habe ich warum hast du gerade diese augen gehabt ohne bodenschissen anzuschießen hier hinten hört auf rumzulaufen also ein gegner könntet nur mal ein paar von diesen grittner mehr gebrauchen spiel das ist ja ganz cool diese komische magia da ich habe mich nicht ich bin nicht ich habe mich nicht ich bin nicht noch ein bisschen schneller hallo stage fünf stürm ich will die kacke dann saufen ich abbrechen kann ich habe keine ahnung die steuerung mit der gräber Habe ich ganz cool, sieht aus wie ein, der mir noch ausgefunden hat und bei random gemacht hat. Ich bin glaube ich noch nie in den Stage 1 zurückgekommen, ne? So nebenbei, ich glaube auch, dass der früher weniger Stages hatte. Doch, man versteht mich gar nicht, aber... Aua, einigermaßen, ouch. Wo bin ich denn? Da bin ich. Aber wir wollen ein klein wenig den Überblick und wer kloppt sich schon da hinten eigentlich da. Also könntest du denn bitte mal treffen, den Typen. Ja, danke. Du sollst das nicht saufen. So, okay. Stage 5 ist auch schon die erste Stage, glaube ich. Also die letzte High Stage. Oh ja, hier gibt's auf jeden Fall eine ganz schön flicke Kloppe, ey. Okay, das Spiel der Armee, wir haben, Alter. Ich finde es großartig immer. Ich finde es echt großartig. Diese Armee. We'll go, alter. Okay. Okay. We'll go, alter. was kommt jetzt das ist ein bus quasi die rinder sind weg ein glück alle kommen neue scheiße an der von hinten kommt irgendwas das finde ich gar nicht geil nicht denn da bin ich wir könnten wir haben es wird schön wenn ich auf dem senkel wieder hinten und unser nachher ist gestorben ist gar nicht gut hier liegt mir das der ist ganz schön stark wir haben es geschafft aber echt relativ knapp oh mein gott oh mein gott heilige schlöße sind wir durch ich glaube wir sind durch congratulations you have finished the stage mode zwei challenges in higher level thank you very much for your support in little fighter 2 do you know it has always been our dreams to create a global popular game and seem to me now our goal has been achieved we hope little fighter 2 will leave a print in every player's heart after 10 years 20 years hope you always remember the game after the fighter 2 is finished we shall all go back to our job duties marty will try at establishing his own career while starsky will continue his studies in the u.s. u.c. la. it is an expressionally fine an incidence to meet somebody who will strive for the same goal i hope there will be one day we can have an opportunity to work together again to create a more fantastic game thank you again for all your support long live little fighter 2 little fighter 2 design team september 2002 ok so dann müssen wir dann durch ähm ja und ich hoffe damit habe ich auch genug für den Rest des Jahres aufgenommen dann würde ich mal sagen sehen wir uns dann das nächste Mal beim nächsten let's play auf wiedersehen auf wiedersehen tschau tschau